da passen was aber ich hab doch und wir haben ein Prozent Medizin und zu 10 Prozent Medizinflügel Nachschub 260 Aufklärungsdaten da kann man aber auch was auch nicht in der Beta verfügbar da kann man auch irgendwelche Einsätze doch ich komme noch nicht wo er jetzt so ein Blick da schon durch also ich finde das Spiel schon sehr cool aber das genau mein Ding ist das sehen Sie sich die Schätzchen mal an jetzt können wir auch bessere Masken kaufen jetzt kriegen wir auch langsam hab ich richtig viel Kohle kann ich richtig gute Sachen kaufen kann ich nicht einfach alles ich hab jetzt ah ich guck gleich mal kannst du nicht einfach alles verkaufen ne kann ich dir so nicht sagen ich hab 1000 Gold, 1000 Prozent ja wie ich so wow geile Waffe guckt euch das mal an Vektor Kaliber von 45 Taktik aber macht alles mir los was kaufen wollen und eine blaue Waffe 86 hab ich aber erst auf Stufe 6 Zieloptik Mods Händler Mods ist halt sowas ne Ausstattung hört sich gut an das Ding ist Level 10 ist aber besser als das mit Level 13 die Logik naja ich kann das ist alles so ein bisschen links und rechts oh ich muss mal ganz kurz cutten das kostet aber viel alles ne wenn ich's nicht hab brauchen sie's auch nicht können sie mir verraten was Joe Ferro mit glück auf da bin ich kann man noch nötig wir sollten vielleicht mal so ne Maske kaufen ich werde mir zu ne Maske kaufen dass wir mal da oben reingehen können wo man da oben nicht weiterkommt das wird nur ein Ort suchen wo Stroh liegt ist so ich hab drei Masken aber die reichen nicht weißt du nicht wir brauchen ja ne Dings lassen sie sich nicht um die Kontaminierungsmaske also rechts unten ich glaub nicht dass wir da rein können weil das einfach noch die Beta ist ja Leon ich bin noch ich bin noch am ich bin noch am überlegen wie man den rausschmeißt gleich ich bin jetzt gerade erst beim Laden so äh sollen wir uns mal ne bessere Gasmaske holen oder was bringt nix weil du brauchst ja wenn du ins Inventar gehst siehst du hier rechts unten so ein Biohilder Symbol das brauchst du logischerweise weil ist ja ein kontaminierter Bereich tja das war enttäuschend weiß ich ob es das Wort gibt so aber ich weiß nicht wie man diesen ich weiß nicht wie man diesen Typen rausschmeißen kann du meinst jetzt im Team oder was warum willst du ihn rausschmeißen du gehst auf Optionen dann gehst du auf Gruppenverwaltung und dann ist der Typ da drin und dann kannst du da drauf gehen da steht da ach hier aus Gruppe entfernen warum willst du ihn rausschmeißen hat dir was getan ja er sagt uns dass wir wir sind ok das reicht ne keine Ahnung wir wollen unter uns bleiben das können wir uns um viel mehr Vertriebene kümmern da habe ich nur noch auf dem Waffen hier Alter kommen Sie und starren Sie ich bin gerade überlegen also kaufe mal lieber ein schön mod sehen Sie sich das an X-Mitro um Ursch oder eine coole Waffe kaufen ich kann mich nicht entscheiden ich habe einen Sniper ja ich habe auch noch Scheiß Waffen hier und die kostet ja mal 1700 äh 1700 ja ja die Waffen sind teuer die kosten Geld sicher ist teuer Geld gut dann lau ich aber hier Ding ins drauf bitteschön ja ich habe hier einen auf dem Motz da leck mich doch fit so Sniper oh Gott wie sieht das denn aus doch sehr effektiv so so nischt so gehe ich mal raus hier mal halt auffüllen was ist denn das für ein Snipergewehr ein Snipergewehr ohne Visier was ist denn das für eine Logik finden Sie den Eingang zur Darkzone ist die nächste Mission hm ja das ist die Darkzone das ist äh die sollten wir vielleicht auch nochmal ausprobieren ich gehe gerade raus die würde ich zum Schluss machen weil ich kam nicht mehr raus aus der Darkzone ach so ok jetzt ist die Darkzone ja das war mein Problem ich kam nicht mehr raus doch meine lieben Freunde ich gehe jetzt mal ganz schnell was trinken wir sind ja eh in einer Liveaufnahme oh ja da war ganz schön doll geschneit jetzt warum gehst du denn was trinken warum warum hast du denn nix zu trinken ja genau ok ich tue mal gleich mal nächste Mission oh hier haben wir ein äh was ist das denn Stree was auf der Karte ist so ein rotes roter Sterbeort ach Sterbeort ach das ist aber gestorben wahrscheinlich wa das letzte Mal das ist das das ist das ne das ist der kontaminierte Bereich das ist da wo wir gestorben sind das ist schäufe ach so ja 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 ok dann würde ich sagen markieren wir hier mal die Sterbeort steh doch da der Sterbeort hm ok da kann er nachher nachkommen da wird ja sieht ja ein Dings kann jetzt hier da drum stehen bleiben da haben wir noch drei ach hier ist ein Nebeneinsatz ist das war ich auch noch nicht dieses hallo wie wieder da so ich bin schon dieses fünfeck bin schon mal voraus gelaufen achten wir jetzt daheim ich dachte du gehst zum fünfeck was ist denn beim fünfeck wenn ich neben einsatz wo wir sind hier noch ein bisschen wohnen alter ist nie kaputt sie haben ein neues Kleidungsstück in ihren Inventor was warum habe ich jetzt ein neues Kleidungsstück wo du das eingesammelt hast wahrscheinlich dich nein du ich 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 hab doch gar nichts eingesammelt oh ich hab nen Hut den Hut das Sniper gesehen ganz viele Ratten die ganze Ratten am liebsten ich hab jetzt ne Mütze echt wie ich schon lange Mütze glatze Mütze Mütze glatze kannst du ja lass mich lassen hey guck mal hier shortbomb was ist denn da ist dieses Eishockey Stadion wo wir waren hier aber auch wir rennen wieder weg ich kenne überhaupt nicht wer gestehen an der Stelle das bin ich das bin ich 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 weiß ich weiß ich hab das schon gesehen aha geil zeig mal deine Waffe kurz darf ich mal anfassen deinen Sniper das ist der Sniper oder ja das Visier muss sich extra das Visier muss sich extra drauf machen geil ich hab auch ein bisschen auf ich hab auch ne kleins bisschen aufgepimmte Waffe hier ich hab sogar ein Schalter drauf gemacht also ich hab mitgebracht das ist doch ne Ding warte mal das ist doch so ne ne etwas älterer ne die empfehler so ein scheiß oder ich ich finde die Atmosphäre ist geil wie nennt sich das Ding nur sagen was es ist was ich hab meinst du hm das ist ne M1 ah cool hab ich für ne völlig zu den Klassik ja das sieht auf jeden Fall aus wie so ne etwas ältere Waffe du hast gar nichts an deiner Waffe gemacht ne Rihanna ne hab ich nicht hab noch ganz viel Geld aber ne doch er hat ein Visier drauf gehauen hä muss ich später mal bauen dann auf Mots ne Mots kaufen oder genau der Visier oben drauf das ist eine Waffe mit dem Visier genau oben drauf das bin doch ich das bist du achso warte mal Inventar äh wo seid ihr denn darauf gegangen auf Waffen-Mots hä nein Inventar dann auf die Sturz war für die du modelliert und dann drückst du vier Eck und dann kommt dieses Waffen-Mots an denn ich lesen kann natürlich ein Nachteil ja das ist natürlich ah ok ja hab ich natürlich nichts drauf und ich hab jede Menge Mots ja wahrscheinlich du kannst aber ein Mots immer nur ein Eimer benutzen ne 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 ja die hab ich alle verkauft ok jetzt verstehe ich wo wüsst'n du oh ja gut da muss ich da mal ein paar Mots kaufen oh geil ein Schuss mit der Sliver und der Feind lag geil wo sind die da hätte ich vielleicht doch ein bisschen was tun sollen ja Alvano nur mal so nebenbei hier ist Action weißt du du steht noch dort und macht deine Mots fest oder was richtig ja also die kam jetzt aber ich muss sagen die kam jetzt auch ne die haben wir nicht irgendwie gelockt oder so die kamen einfach ach nie doch ich glaub ich hab einfach so oh Tränengas er hat die angelockte Sau mach da war ja damit aus ne was geht da kommt da kommt dann einfach welche und dann sagen die ratten rat dog die selbe Stelle wie vorhin ne ne tschuldigung hier ist doch was na eben muss ich grad sagen du du ich mach ein Magazin drinnen ok ich hab ne Waffe drinnen gehabt cool ich guck mal rein knapp oh eine 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 ein eine 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 da wir eine Kiste Geh mal näher ans Mikrohr bitte, ich versteh dich kaum noch. Ja, ich bin ganz vor eigentlich. Wo ist Kiste? Ganz voreingenommen oder? Wo ist, ach da, tatsächlich. Ach, guck mal an. Ganz versteckt. Alles blindern. Hab ich, danke. Beyond Four Wheels. Hinter vier Rädern. Coole Wärmung. Geht so wieder ein Baseballschläger, wieso lernen Sie es nicht? Ja, die, ich glaube, die werden das ganze Spiel mit Baseballschläger da um den Sack hin. Ich finde die immer noch zu krass, ich kann auf die nicht klar, wie kann man denn von Baseballschläger bei der Schießerei kommen? Ja, vielleicht denkt er, sicher kann schneller schlagen, als wir schießen können. Mein Kündigungsbeschreibung ist schneller als die Kugel. Mein Kündigungsbeschreibung ist schneller als die Kugel. Mein Kündigungsbeschreibung, hier ist ein Computer. Ja, du weißt, was ist das? Lene. Lene? 300 Erfahrungspunkte, cool. Oh, 1900 habe ich von 14, was schon da? 40.000 oder 14.000. Oder war direkt, da war direkt wieder einer. Ja. Aber die Blinge, ich kann mal helfen. Ich kann da nichts machen. Markierte Position in der Nähe. Oh, ich habe um eine Reihe was abgezielt. Ganz sehr langen Vierdrecken. Oh, dann kriegst du was. Ja, Erfahrungspunkte, ne? Ne, ne Hose. Hier, hier ist die Mission, die Nachschub erweichen. Warte mal, ich habe gerade ne Hose bekommen. Aber gut gerettet hast du den nicht, der zuckt ja immer noch. Ja, hier schießt schon. Warte mal, ich schiebe her, aber was? Hier ist, hier ist Ballerei. Oh, hier ist Schießereien. Ballerei, Schießereien. Bumm, Bumm. Wir sind gleich bei Ihnen. So, komm mal. Ich habe ne Hose bekommen von der Algen. Boah, hier geht's echt ab. Hier geht's ab. Hier geht's ab. Hier geht's ab. Granate in die. Boah. Komm, nachladen, schneller hier, was los ist. Hat er gerade gesagt, leck mich, ich lade nach. Das ist, das für eine Logik. Aber ich finde, die haben die Schießereien ganz cool gemacht. Also, macht Spaß. Echt. Da kommt wieder einer. Die fallen wie die fliegen. Das coole ist, auch wenn er die an die Beine schießt, dann humpeln die. Ich möchte gerne eine Pistole haben oder eine gute Waffe, die das Bein gleich abnimmt. Ich bin der Ambulantor. Mit Schultertaschen. Nimmst der Ambulantor. Oh, da kommt wieder eine Basie, Mann. Alter, von hinten kam er. Angeknüppelt. Und schalte, der war cool. Oh, wir haben eine Alarmanlage angezündet. Was? Ja, angezündet. Ja, also gezündet, meine ich, dass die loslegt. Alter. In der Nähe des Nachschubsleiben. Ich bin schon da. Hier habe ich eben Gegner gesehen. Ist er weg. Sparrow 3 hier. Sind an ihrer Position und Startbeerleit. Gegner verwirren. Reich gesichert. Wow. Gnadenlieferung. Gnadenlos. Tech-Flügel hat Gaps-Punkte dafür. Cool. Ich habe Granaten gekriegt. Klasse. Echt? Wieso? Ich muss nichts verkaufen. Komm nicht. Ich habe aber Brandgranaten. Und Tränengasgranaten. Und Splittergranaten. Und Schockgranaten. Ich habe auf jeden Fall ein Schall. Ich habe doch ein Schalter war eingesammelt. Ist das Schalter war? Für was ist das Schalter war? Ihnen kann es auf jede Waffe sitzen. Nein. Doch. Nein. Habe ich gerade probiert. Auf die eine Waffe hier oben, auf meine Hauptwaffe gibt es. Also die ich als Hauptwaffe habe, kann ich das vorne nicht setzen. Geht nicht. Die sind auch Waffen unterteilt. Was ist jetzt, dass ich einen Mods habe? Null Mods. Also ich kann meinen Schalter überall draufsetzen. Ja, weil du wahrscheinlich einen hast. Der hat eine Mündung. Dann muss ich nachher unbedingt Mods kaufen, liebe Freunde. Dann gehst du halt vorne auf Mündung und wählst den Schalterbau aus. Na, bessere Maske. Einen strafferen Gürtel habe ich bekommen. Da hängen die Eier ein bisschen höher. Äh, nee. Geht halt eben nicht. Bei der M4. Mit dem Schalterbau. M4. 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 Ich habe immer noch die blaue Standardjacke an. Kann das sein? Ich habe keine M4. Doch, habe ich schon. Aber ich habe das Gefühl, dass ich wahrscheinlich bei Aussehen gucken muss. Oder? Und jetzt habe ich jetzt zum Beispiel wieder so einen Griff. Oh. Jetzt habe ich jetzt zum Beispiel einen Griff. Den kann ich bei meiner M4 nicht. Also ich kann Schalterbau vorne an die M4 dran klatschen. Ja, aber nicht den Schalldämpfer. Yeah, ich sehe ja fast schon gut aus. Es muss natürlich ein Gewehrschalldämpfer sein. Siehst du? Ja. Und kein Pistolen-Schalldämpfer. Nein, ich habe hier für die MP5 Schalldämpfer. Oh, die lieben Leute reden hier über Schalldämpfer, über kleine und große. Guck mal, da kommt ein Hund. Ich will den nicht schießen. Guck mal, der sieht super freundlich aus. Ich habe ja Gewehrschalldämpfer. Sprich, den kann ich überall drauf klatschen. Guck mal, der Hund. Der fletscht die Zehn. Ach, ich habe hier einen Haufen Griffe, weil die gehen doch im Arsch. Oh, das ist von jeder Waffe, da gibt es auch Aufsätze, die nur auf die Waffen drauf gehen. Das habe ich jetzt gerade herausgefunden. Das ist auch schön. Nee, habe ich aber noch nicht gehabt bis jetzt. Das ist das erste Mal, dass... Das habe ich noch nie gehabt. Deswegen habe ich das gerade gewundert. Oh, gut. Soll es vorkommen. Aber das Reflex, wie sie das bringt, echt Null. Warum das so beschützt? Das zoomt minimal ein Stück näher ran, also wirklich minimal. Das soll ja auch nicht ranzoomen, das soll ja die Genauigkeit verbessern. Nee, ja, ranzoomen, können wir jetzt weitermachen oder was? Ja, wir machen die ganze Zeit weiter, du Neger. Nee, steht da da. Wir quatschen doch über, die sind das. Auch mal über das Spiel zu reden, auch über das Spiel zu reden, ist mal weiterspielen. Ja, ich bin das gut, ich muss nach Hause. Du bist, du bist. Ich habe bloß gerade, du bist, ich habe gerade was enges abhüllt. In der Base, in der Base, ich würde ganz gerne... Und zwar würde ich ganz gerne Mats kaufen, ich habe so viel Kohle. Bitte? Ach hier, du hast es schon markiert, ach so, okay. Der Typ kann sich nicht krank melden, hat er gesagt. Warum nicht? Alter, was schreiben die hier im Chat für einen Scheiß? Warte, was schreiben die denn? Wieso, 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 bist du du manchmal lauter und manchmal leiser? So, das ist jetzt so meine Gegenfrage, ich bin nicht crazy, crazy. Weil ich gerade weg war. Er war nicht auf dieser Welt. Ich war nicht direkt am Mikkel. Ja, aber du warst gerade lauter als jetzt. Ja. Oh Gott, der Arme, der... Wenn ich so bin, dann bin ich ja näher dran. Richtig? Richtig. Näher ran, dem, dem... Ja, du hast aber gesagt, du warst weiter weg. Ja, ich war ja auch weiter weg und näher ran. Ich bin... Ich bin... Ich bin groß, manchmal klein. Das versteht ihr, nee, ich will nicht mein Mikkel stehen haben. Manchmal das Mikrofon im Mund, manchmal nicht. Ich bin manchmal groß und manchmal klein. Es kommt drauf an, wo ich stehe. Macht aber Spaß, es wird dann ein bisschen nasser. Ja, was machen wir jetzt eigentlich? Achso, wir haben den komischen, orangenen Strahlen hinterher. Oh, warte mal. Hier ist Werkzeug. Nee, das war das, wo wir schon waren, ne? Ich glaube, ja. Nee. Doch. Ja, doch. Wie sieht's, zeigt der das immer noch an, der Arsch? Ja, der wollte, dass... Da, weil's vielleicht noch mehr gibt, hä? Ja, da geht's aber nicht weiter. Kommst du nicht hin? Ah, der spawnt bestimmt wieder in der normalen Version, nicht in der Beta. Da kommt's bestimmt immer wieder nach. Ja, natürlich, der spawnt alle fünf Minuten in der Werkzeugkiste. Die kommt so vom Himmel geflogen. Kann ja sein, wenn mehrere hier langlaufen und das auch haben wollen, oder so, vielleicht. Kann ja sein. Ja, nicht allein in der Welt, da, ne? Nicht? In the biggest world in the world. Ah. Sie sind ein Vorbild. Oh, ich glaube, ich war vorne, es sind Feinde und ich hab schon wieder einen Schuss abbekommen. Okay. Nee, nicht abbekommen, aber... Oh, die sind zwölf. Wir kommen. Wow, Panzerfaust. Warte, Panzer oder Faust? Panzer. Toll, das war's schon, aber es. Ach nee, da kommen noch welche. Wir müssen den Commander hier beschützen. Warten wir jetzt. Commander, Cop. Ja, die kommen. Major. Mojo. Die neue Hardcore-Troße. Achtung, da kommen sie. Wohin? Da. Achtung, Granate ist im Einsatz. Boah, Megabumm. Und der Crazy muss wieder vorne mit seinem Sniper sein, in der ersten Reihe. Ein Sniper mit Sturm, mit Sturmgewehr, natürlich. Ach so. Das ist das Sniper-Sturmgewehr. Das ist ein Sniper-Sturm. Kampf abgeschlossen, 60 Sicherheitsgürtel gefunden, äh, Flügelgürtel. Weißt du, ich, ich, ich schieße hier Magazine weg und die Sacht, bloß Sniper. Alter. So. denying. Tofern